Hallo zusammen zu einem weiteren Clip mit mir und wie ihr hört, bin ich noch ein bisschen angeschlagen. Ich bin aber soweit wieder fit, mir geht es gut, ich habe es überlebt, was auch immer es war und habe jetzt noch so ein bisschen mit der Nase zu kämpfen und meine Stimme ist ein bisschen belegt. Dagegen kann ich nichts tun, deswegen müsst ihr momentan mit diesem Ton gedöhnt leben, genau wie ich. Von dem her, das dauert, das dauert bis ich soweit wieder fit bin, bis die Stimme wieder beim Alten ist und bis dahin müssen wir uns mit einer leicht belegten Stimme begnügen und einer Nase, die sich noch nicht so ganz entscheiden kann, was sie jetzt möchte. Auf alle Fälle. Sorry, dass der Stream letzte Woche ausgefallen ist. Das war der, ich glaube, 11. Der Zehnte, der Siebte war das. Ich war einfach zu krank, ich konnte nicht. Mir ging es zwar theoretisch soweit gut, nur ich hätte keine zwei Stunden labern durchgehalten. Das wäre absolut nicht drin gewesen, ich hätte keine zwei Stunden am Stück reden können. Und auch das permanente Husten, Niesen und Naseputzen ist in dem Stream auf Dauer auch nicht unbedingt sonderlich schön. Ja. In diesen zwei Wochen habe ich so gut wie nichts getan. Hobbymäßig. Ich habe nicht geklebt, ich habe nicht gestickt, ich habe nicht gemalt, ich habe eigentlich nur gestrickt, um die Babydecken fertig zu bekommen und dieses Großprojekt ist abgeschlossen. Ich habe alle drei fertig und die wurden gewaschen. Beziehungsweise eine ist ja schon bei der neuen Besitzerin, zwei Stück liegen noch hier, aber gewaschen und fertig. Fäden noch vernähen, ab in Karnung, ab in Müll. Ne, also ab zur neuen Besitzerin und das ist fertig. Ich bin so unendlich froh, dass dieses Projekt abgeschlossen ist. Und ich habe tatsächlich auch noch ein paar Socken fertig gemacht. Wahnsinn. Also mein Fertigstellungsgedönstrieb, wie auch immer, setzt ein, ich möchte Sachen fertig machen. Und ich habe mir eine kleine, ja, eine kleine Kiste mal geholt von Kik. Die ist so eine Deko-Kiste, wo man diversen Kram halt reinpacken kann. Die quillt über mit angefangenen Strickprojekten. Das heißt, die werde ich jetzt soweit erstmal abarbeiten. Und hoffentlich wird diese Kiste dann auch wieder eine Kiste, weil ich habe noch einen kleinen Cardon gefunden, der ebenfalls mit angefangenen Projekten überquillt. Ausschließlich Socken. Ich habe ein Sockenproblem. Auf jeden Fall möchte ich die Sachen gerne fertig machen. Und ja, dann wegpacken. Denn ich habe halt festgestellt, ich bin unglaublich enthusiastisch und voller Elan dabei, wenn es darum geht, was Neues anzufangen. Nur was angefangen ist, fertig zu machen, ist nicht unbedingt meine Stärke, wie ihr mittlerweile schon mitbekommen habt. Das möchte ich natürlich gerne auch ändern. Nur ist es ab und zu nicht ganz leicht. Wenn ich da in meine Kiste gucke, zum Beispiel, liegt ein Tuch drin. Das habe ich, ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so angefangen. Ich kann es euch noch nicht mal sagen. Das Ding war einfach, dass diese Strickschrift für mich nicht eingängig war. Und wenn ich permanent gucken muss, wie ich etwas stricken muss, habe ich irgendwann keine Lust mehr. Ich gucke mir gerne das Muster an, strick's, und wenn dabei klar wird, wie das Muster entsteht und wie ich weitermachen soll, perfekt. Das Ding strickt sich dann für mich persönlich von alleine. Bei dem Tuch ist es nicht so, aber ich habe so schöne Wolle dafür geholt. Und das möchte ich natürlich auch irgendwo nutzen und machen. Und ja, jetzt habe ich an dem Teil auch weiter gemacht. Und das ist auch schon gut gewachsen. Aber das ist eine Art Nebenfertigstellungsprojekt. Da muss ich mich halt hinsetzen und Ruhe haben, weil ich diese Strickschrift nicht zu 100% auf Anhieb verstehe. Sie ist nicht schwer, sie ist nicht kompliziert. Aber dieses Zählmuster ist für mich einfach nicht merkbar irgendwie. Total komisch. Sowas mag ich halt einfach nicht. Von dem her liegen die Sachen dann gerne mal rum und dauert ein, zwei Jahre, bis ich sie fertig habe. Ja, wie gesagt, ich habe auch nichts geklebt oder sonst irgendwie Hobby-mäßig gemacht, weder Kreuzsticken noch Perlensticken. Und momentan ist auch bei mir so eine Phase, wo ich merke, dass sich in meinem Leben irgendwie was verändert hat, sodass ich tatsächlich auch am Überlegen bin, Hobbys komplett aufzugeben und entweder zu verkaufen oder Teile an meine Mama zu schicken. Ich weiß auch dementsprechend nicht, wie es jetzt dann mit YouTube in Zukunft weitergeht. Das soll nicht heißen. Und ich wiederhole, es soll nicht heißen, dass ich YouTube und Streams etc. aufgebe, sondern, dass ich einfach momentan privat Sachen gerne regeln und auf den grünen Nenner bringen möchte und damit klarkommen möchte und mich dann wieder auf YouTube etc. konzentrieren. Wie es dann im August weitergeht, ist für mich auch eine Frage. So oder so wird es sich wahrscheinlich mein Upload und Content-Volumen ziemlich reduzieren. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich einfach keinen Spaß mehr dran habe oder keine Lust, dass momentan, wie gesagt, andere Dinge, die wichtiger sind als YouTube. Und da möchte ich mich momentan einfach drauf konzentrieren. Und wer weiß, was dann danach kommt. Ich habe keine Ahnung. Nur im Moment ist es einfach so, dass sich mein Schwerpunkt von Hobby auf was anderes verlegt hat. Irgendwie Wohlbefinden technisch und auf sich selber achten. Und bevor jetzt spekuliert wird, nein, ich habe keinen kennengelernt oder so, was das Thema angeht, bin ich der festen Behauptung. Ich bin eine Rührschüssel oder eine Kaffeetasse. Die haben bekanntermaßen keine Deckel. Okay, also, um da diversen Spekulationen gleich entgegen zu gehen. Aber, ja, es hat sich trotzdem was verändert. Und da möchte ich ganz gerne für mich persönlich, für mein Wohlbefinden anknüpfen. Und, wie lange das dauert, bis ich das und YouTube irgendwie geregelt bekommen, zusammen, keine Ahnung, vielleicht ist es in drei Tagen irgendwie alles unter Dach und Fach. Vielleicht dauert es auch Monate. Ich weiß es nicht. Nur ist mein Schwerpunkt im Moment einfach ein anderer. Und das bedeutet, wie gesagt, ich höre nicht mit YouTube auf. Das möchte ich ganz klar sagen. Wenn dem so ist, dann ist es so. Aber dafür würde ich nochmal ein extra Video machen, um das zu erklären und nicht irgendwo mittendrin einbinden, so, ah ja, never letztes Video chowsen, sondern dafür würde es ein extra Video geben. Also, ich höre nicht auf. Ich möchte einfach nur damit sagen, dass die Uploads in nächster Zeit noch unregelmäßiger sein könnten. Und, falls es aus Zufallsgründen eben nicht sonderlich unregelmäßig ist, gut für euch, gut für mich, gut für uns alle. Falls doch, dann wisst ihr zumindestens warum. Auf alle Fälle wird es ab August, das denke ich, schon weniger werden, weil ich da auch im privaten Bereich eine sehr große Änderung vor mir habe. Und ich werde sehen, wie viel Zeit ich habe, wie viel Motivation und wie viel Lust. Ich meine, es kommt ja auch irgendwo dazu, wie viel Bock man hat, sich dann hinzusetzen, Video zu machen. Aber rechnet mal damit, dass die nächste Zeit weniger kommt. Wenn es nicht so ist, ist ja eine Überraschung. Ja, das dazu. Wie ihr euch dann wahrscheinlich auch denken könnt, habe ich keine Geschichten übersetzt oder aufgenommen. Ich war die letzten zwei Wochen redetechnisch nicht brauchbar. Ich bin auch jetzt momentan redetechnisch nicht brauchbar. Und das wird sicher noch ein bisschen dauern. Also ich rechne nochmal mit zwei bis vier Wochen, bis sich meine Stimme wieder normalisiert hat. Allerdings tut der Hals nicht mehr so weh, wie vor zwei Wochen, sodass ich durchaus für eine längere Zeit aufnehmen könnte, um es dann im Anschluss zurechtzuschnibbeln. Und so eine Geschichte dann eben vorzulesen. Das würde theoretisch schon gehen. Vielleicht finde ich da ja irgendwas. Ich müsste es erst übersetzen. Ansonsten, ja, mal gucken. Ne, ich bin da jetzt nicht sonderlich. Ich habe keine großen Pläne geschmiedet in den zwei Wochen. Ich habe einfach nur festgestellt, es muss sich was ändern, es hat sich was geändert und an dieser Änderung möchte ich anknüpfen. Zu viel kann ich sagen. Ja, worauf ihr euch aber auf jeden Fall freuen könnt, ist ein Unboxing in Stokes, das kommt ja auch noch. Und wer weiß, vielleicht hole ich mir das ein oder andere Bild noch zusätzlich, denn ihr habt es doch sicher alle gesehen, die Bilder von der letzten Lieferung hier im Juni, die waren ja doch schon ziemlich schön, gerade auch die Sarah Richter, also dieser Wolf, wow, Anne Stokes, gut, das Prayer Bild sieht wirklich, wirklich gut aus und naja, noch so ein paar andere, da brauchen wir ja so gesehen gar nicht drüber reden, also Motive gäbe es auf jeden Fall mehr als genügend, es sind dann meist ein paar andere Dinge, die einem da einen Strich durch die Rechnung machen, Primär das Finanzielle, sekundär der Platz, man kann sie unmöglich alle aufhängen, nur was das angeht, da habe ich ja auch schon öfters meine Meinung gesagt, ich kaufe sie mir nicht, weil ich sie aufhängen möchte, ich klebe sie nicht, weil ich sie aufhängen möchte und man kann die Bilder ja durchaus auch wechseln, das macht an sich ja jetzt auch keinen Unterschied und ein Bild in dem Bilderrahmen nimmt an einer Wand gelehnt jetzt auch nicht unmengen Platz weg von dem her ist für mich jetzt kein Argument ich habe nicht genügend Wand ich kann es nicht kleben das wäre für mich persönlich kein Problem aber da ja die Zeit die ist halt dann auch so eine Sache weswegen ich wirklich überlegt habe ein paar Dinge komplett aufzugeben denn Hobbys kosten einfach viel Zeit es ist so dafür ist es ein Hobby dafür ist es eine Freizeit Beschäftigung die man sich ja anlacht um in seiner Freizeit irgendwie eine Beschäftigung ein Ausgleich und eine Beruhigung zu haben nur wenn man dann merkt dass das Hobby einen nicht mehr beruhigt sondern stresst weil es einem im Nacken sitzt weil man es fertig machen möchte oder weitermachen möchte und mehr oder weniger permanent negative Gedanken damit verbindet weil man ja mal wieder nicht dran saß und 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 dann ist das vielleicht ein Zeichen ich weiß es nicht mir geht es halt beim Sticken tatsächlich so es macht mir Spaß ich finde die Motive wirklich 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 schön egal ob es jetzt Kreuz oder Perlen Sticken ist also Motiv technisch und auch der Arbeits Schritt mehr oder weniger das Ausführen des Hobbys selbst wunderbar nur Sticken liegt also jetzt hier auch viele viele angefangene Motive und ich finde im Moment keine Zeit sie zu machen und an der Motivation selbst liegt es nicht sondern ich habe zumindest die letzten zwei drei Wochen verstärkt keine ja Freude Motivation gehabt zu sagen hey ich möchte da weitermachen das war tatsächlich überwiegend negative Gedanken die ich mit dem Sticken verbunden habe vielleicht ändert sich das noch wenn es sich nicht ändern sollte dann werde ich das Sticken wohl für mich aufgeben werde den Kram verkaufen ich hätte da wohl eine Abnehmerin und ja dann hat sich halt das Sticken für mich soweit erledigt dann ist es so es war auf jeden fall eine schöne Erfahrung aber eine die ich dann nicht weiter vertiefen wollte kommt vor nur wie es halt mit dem Kreuz Sticken jetzt speziell weiter geht ich weiß es nicht das ist nur erstmal für mich persönlich definitiv videotechnisch auf Eis gelegt vielleicht kommt da was vielleicht nicht also wie ihr merkt ich habe keinen Plan von dem her wird es in zukunft auch weiterhin planlos bleiben aber gut genug herum gebrabbel ich danke euch recht herzlich fürs zugucken ich wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut bis zum nächsten mal und ciao